Implantate sind in vielen Situationen super hilfreich, um verlorengegangene Zähne zu ersetzen und die Anzahl der Pfeilerzähne für einen Zahnersatz wieder zu vermehren. Aber es gibt auch Situationen, da kann ein Implantat wirklich richtig Probleme machen und das nicht nur funktionell, sondern auch ästhetisch. Und da möchte ich Ihnen heute einfach mal ein paar Beispiele dafür zeigen, an welchen Stellen, in welchen Situationen Implantate möglicherweise völlig ungeeignet sind, damit Sie nicht auf die Idee kommen, das Implantat wäre die Lösung für alle Probleme in der Mundhöhle. Ich habe hin und wieder Kommentare unter den Videos, wo Leute sagen, ja, ich lasse mir lieber keine Krone machen, sondern lieber gleich ein Implantat. Bitte um Gottes Willen, das Implantat ist nicht der bessere Zahn. Das Implantat ist nicht die Alternative zur Zahnerhaltung, sondern das ist das, was danach kommt, wenn der Zahn nicht mehr erhalten werden kann. Das Implantat ist die Prothese. Sie würden ja auch nicht auf die Idee kommen, wenn Sie eine Wunde am Fuß oder an der Hand haben, zu sagen, Och Mensch, ich hacke mir die Hand ab und dann nehme ich die Handprothese oder die Fußprothese, weil es ist ja viel besser als mein eigenes Körperteil. Nein, der Zahn ist immer noch, wenn er funktioniert, wenn er gesund ist und von ihm keine Gefahren ausgehen, sicherlich immer noch viel besser als jedes Implantat es jemals sein kann, weil Implantate auch völlig anders funktionieren als Zähne. Aber wenn natürlich der Zahn nicht mehr da ist und da ist schon die Lücke, ja, dann kann ich mich ja entscheiden, entweder noch zwei Zähne kaputt zu machen oder ein Implantat zu machen. Und da ist natürlich dann oft das Implantat super, super hilfreich. Aber es gibt eben, wie gesagt, auch Situationen, wo es gerade ästhetisch sehr, sehr schwierig ist, Implantate zu machen. So, ich möchte Ihnen das Ganze mal an einem Beispiel zeigen von einer Patientin, die zu uns kam mit einem problematischen mittleren Schneidezahn. Hier nochmal ein Eindruck mit Lippe, dass Sie mal sehen, da sieht man halt oben sehr viel Zahnfleisch. Es gibt ja Menschen, die zeigen viel Zahnfleisch beim Lachen und dieser mittlere Schneidezahn war oben viel zu lang. Sie sehen, der ist drei Millimeter höher ungefähr als die Nachbarzähne und an der Schneidekante fehlt sogar Millimeter. Das heißt, der müsste eigentlich da noch einen Millimeter länger sein. Und das ist ein Hinweis darauf, dass der wahrscheinlich irgendwie auch mit dem Knochen schon verwachsen ist, das sogenannte Ankylose hat, das Wurzel behandelt und ging leider verloren oder würde verloren gehen in der Zukunft. Und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir an dieser Stelle? Erste Idee natürlich, ja klar, Zahn kommt raus, wir machen Implantat, ersetzen den Zahn. Nur da ist die Frage, wird das hinterher ästhetisch auch gut aussehen? Und das Problem, wenn wir einen Zahn verlieren, ist, dass natürlich mit dem Zahn auch immer ein bisschen Knochen und Weichgewebe verloren gehen. Und dass dann diese Ausgangssituation, die wir jetzt schon haben mit zu wenig Zahnfleisch da oben, noch schlechter wird. Und dann eben nicht der Zahn nur sehr lang ist, sondern eben auch zwischen den Zähnen die Zahnfleischpapillen verloren gehen. Und das ist mal ein Beispiel von einem anderen Patienten, der zu uns kam mit einem Implantat. Also der weiße Zahn, der so etwas rausleuchtet, ist die Implantatkrone. Die Krone ist ja wunderschön, die passt jetzt farblich nicht mehr ganz, wahrscheinlich, weil sich die Nachbarzähne ein bisschen abgedunkelt haben mit der Zeit. Die ist also gut gemacht, gar keine Frage. Das Problem ist nur, da fehlt Zahnfleisch. Und Sie sehen, dass sicherlich hier im Zwischenraum die ganze Zahnfleischpapille fehlt. Und das ist natürlich optisch eine absolute Katastrophe. Da kann der Zahn noch so schön sein, wenn ihm das Zahnfleisch fehlt, dann sieht es natürlich katastrophal aus. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn Sie jetzt Ihr Zahnfleisch nicht zeigen beim Lachen. Aber spätestens, wenn die Oberlippe beim Lachen über diesen Zahnfleischverlauf hochrutscht, dann sieht es natürlich verheerend aus, wenn da diese schwarzen Löcher sind. Sie sehen das ganz eindeutig. Natürlich, zwischen den natürlichen Zähnen ist dieser rosafarbene Zahnfleischzipfel noch vorhanden, aber zwischen dem natürlichen Zahn und diesem weißen Implantat, dieser weißen Implantatkrone, ist das Zahnfleisch verschwunden. So, was ist das Problem? Naja, wir haben einfach einen Knochenverlust. An den Nachbarzähnen ist der Knochen höher und beim Implantat ist der Knochen einfach ein bisschen zurückgegangen. Und das Weichgewebe ist gefolgt und zwischen Implantaten und eigenen Zähnen verlieren wir dann eben oft auch das Weichgewebe, was wir brauchen, damit es gut aussieht. Sondern da ist die Frage, gibt es nicht eine andere Möglichkeit? So, in dem Fall konnten wir nicht viel tun. Wir haben jetzt den Nachbarzahn ein bisschen aufgehellt, der muss so nochmal wozu behandelt werden. Sie sehen, das Ganze sieht jetzt nicht so schlimm aus, weil die Oberlippe das ein bisschen abdeckt. Aber wenn man das weiß, dann fällt es einem schon auf, dass da was fehlt. Und statt rosa Zahnfleisch haben wir dann eben da, naja, einen dunklen Fleck, einen dunklen Schatten. Den möchten wir vermeiden. Das ist die Frage, was passiert denn, wenn wir diesen Zahn einfach entfernen und ein Implantat machen? So, und weil wir natürlich hier eine Patientin haben mit sehr viel Zahnfleisch beim Lachen, mussten wir uns tatsächlich was anderes überlegen und haben uns dann entschieden, hier eine Brücke zu machen. Und das war jetzt auch nicht schwierig, diese Entscheidung zu treffen, weil natürlich die Nachbarzähne, Sie sehen das, auch schon Kronen haben. Wir mussten die also nicht zusätzlich abschleifen, sondern die waren schon abgeschliffen und diese Kronen haben auch schon nicht mehr so schöne Ränder und passen auch von der Länge nicht mehr gut, sodass die Entscheidung jetzt ein bisschen leichter gefallen ist, da eine Brücke zu machen. Nur bevor wir das gemacht haben, haben wir echt viel Aufwand betrieben. Ich erspare Ihnen jetzt die ganzen Details. Was wir gemacht haben, ist erstmal eine sogenannte kieferorthopädische Extrusion, beziehungsweise chirurgische Extrusion. Das heißt, wir versuchen den Zahn mit einer bestimmten Kraft, mit Gummizügen oder Magneten in dem Fall, aus dem Zahnfach ein bisschen rauszuziehen, was zur Folge hat, dass das Weichgewebe ein bisschen mitwächst. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war, dass wir dann ein sogenanntes Bindegewebstransplantat gemacht haben. Sie sehen da in der Mitte zwischen den beiden mittleren Schneidezähnen noch so einen kleinen Faden, der quasi dieses Transplantat da sozusagen befestigt hat bei der Operation. Da ist jetzt einfach ein einfaches Provisorium drauf, um einfach die Zähne provisorisch zu ersetzen und diese Heilungsphase erstmal zu ermöglichen, sodass wir erstmal mehr Weichgewebe geschaffen haben. Das Schöne ist ja, wenn wir eine Brücke machen, brauchen wir kein Knochen für diese Brücke. Wir brauchen nur Weichgewebe und das lässt sich viel leichter ersetzen als Kieferknochen. Wenn wir also erstmal Knochen aufbauen müssen plus Weichgewebe für ein Implantat, damit das gut aussieht, ist der Aufwand viel, viel höher, als wenn wir nur eine Brücke machen und dann einfach nur Weichgewebe brauchen. Und das Schöne ist eben, zwischen einem natürlichen Zahn und einem Brückenglied haben wir in der Regel etwa zwei Millimeter höhere Zahnfleischpapillen als zwischen einem natürlichen Zahn und einem Implantat. So, das heißt, es ist viel leichter für uns, eine Brücke ästhetisch schön zu gestalten, als wenn wir dann ein Implantat setzen. Wenn wir natürlich noch genug Hart- und Weichgewebe haben und die Nachbarzähne nicht behandelt sind, dann werden wir sicherlich anders entscheiden. Wir sagen, okay, kleine Nachteile bei der Ästhetik sind vielleicht in Kauf zu nehmen dafür, dass wir die Nachbarzähne nicht anschleifen müssen. Da überwiegt natürlich dann wieder der Schutz der Nachbarzähne. Aber in dem Fall war es einfach so, dass es viel, viel angenehmer, leichter für uns war, vor allen Dingen bei dem Ausmaß des Defekts, der da war, hier Weichgewebe aufzubauen. So, und hier sehen Sie jetzt das Ergebnis. Sie sehen jetzt, ich sage mal, tatsächlich ungefähr gleich lange Schneidezähne. Wir haben natürlich nicht nur an dem linken Schneidezahn Gewebe aufgebaut. Wir haben an den anderen Zähnen auch den Zahnfaschverlauf ein bisschen nach oben verlegt, dass wir uns da also annähern. Und wir haben es tatsächlich so hingekriegt, so einigermaßen einen harmonischen Zahnfaschverlauf hinzukriegen. Ist sicherlich alles andere als perfekt. Aber wenn man bedenkt, ich sage mal, wo wir hergekommen sind, wie krass der Unterschied vorher war zwischen dem rechten und linken Schneidezahn, ist das sicherlich ein ziemlich cooles Ergebnis und eine dramatische Verbesserung. So, hier das Ganze nochmal mit dem Lächeln und der Lippe der Patientin. Na klar, wenn man genau hinguckt und es stark vergrößert, findet man immer noch leichte Imperfektionen. Aber Sie sehen vor allen Dingen, zwischen den beiden Schneidezähnen haben wir eine Zahnfaschpapille. Das heißt, wir haben ungefähr gleich lange Zähne und wir haben dazwischen eine Zahnfaschpapille, also zwischen dem ersetzten Zahn, dem Brückenlid und den Nachbarzähnen fällt es eigentlich nicht auf, dass dieser Zahn fehlt. Der sieht nicht aus wie ein Brückenlid und das macht letztendlich optisch dann natürlich einen riesengroßen Unterschied. So, hier sehen Sie es nochmal im direkten Vergleich vorher, nachher. Die Zähne sind natürlich insgesamt ein bisschen länger geworden und durch das Verpflanzen von dem Bindegewebe haben wir da auch Volumen geschaffen, wo wir dann letztendlich diesen Zahn einlagern konnten, dieses Brückenlid einlagern konnten, sodass es aussieht wie ein natürlicher Zahn und eben nicht künstlich aussieht. So, das ist mal ein Beispiel einfach dafür, dass eben Implantate nicht immer die Lösung für alle verlorenen Zähne sind. Insbesondere in der ästhetischen Zone ist oftmals eine Brücke sicherer als ein Implantat. Beim Implantat kommt es eben hin und wieder eben auch vor, dass einfach Weichgewebe verloren geht. Man kann das nicht immer vorher 100 Prozent steuern oder vorhersagen. Man muss einfach wissen, dass wenn das passiert, dass man dann eben wieder weitere Operationen in Kauf nehmen muss oder eben ästhetische Nachteile in Kauf nehmen muss. Und bei einer Brücke ist die Vorhersagbarkeit einfach besser. Ganz abgesehen davon, dass eine Brücke natürlich viel leichter herzustellen ist, als ein Implantat zu setzen. So, was folgt für Sie daraus? Naja, es ist tatsächlich wichtig, dass Sie sich in einer Praxis behandeln lassen, in der alle Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Sie kennen vielleicht den Spruch, wenn Ihr einziges Werkzeug ein Hammer ist, sehen alle Probleme aus wie Nägel. Wenn Sie also zu einem Chirurgen gehen, was werden Sie für eine Therapie erwarten? Sie werden natürlich ein Implantat bekommen. Wenn Sie zu einem Nicht-Chirurgen gehen, also zu jemandem, der keine Implantate anbietet, dann werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Brücke bekommen. Es sei denn, der Kollege überweist Sie zu einem Chirurgen, der das Implantat setzt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich auch hoch, dass Sie dann kein Implantat bekommen. Genau aus diesen Gründen. So, wir sind eine Spezialistenpraxis. Wir haben Spezialisten für Implantate. Wir haben auch Spezialisten, die auch ohne Implantate schöne Zähne machen können. Insofern können wir wirklich dann, ich sage mal, das Beste auswählen, die beste Therapie oder die passendste Therapie für Sie auswählen, mit Ihnen gemeinsam besprechen, was da sozusagen an der Stelle das Beste für Sie ist. Und dann eben entsprechend auch hoffentlich das bestmögliche Ergebnis erreichen. Soviel erstmal dazu. Falls Sie das Bedürfnis verspüren sollten, auch mal uns auf Ihre Zähne draufgucken zu lassen. Unter dem Video gibt es in der Textbeschreibung einen Link, wo Sie eine Terminanfrage stellen können. Würde mich freuen, Sie vielleicht bald mal in der Praxis zu sehen und Ihnen auch zu helfen, wieder schöne Zähne zu bekommen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, Ihr Dr. Reinhard Hittmann. Untertitelung des ZDF, 2020